Hallo! Etwas weniger Stress im Alltag, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung. Warum eigentlich nicht? Wer hindert uns Menschen daran? Der Schweinehund. Dieser kleine Saboteur liebt es einfach, dir deine Willenskraft zu rauben. Der Wille ist ja da. Nicht nur zum Jahreswechsel. Auch für morgen. Aber dann, kurz bevor es losgeht, wird der Schweinehund auf einmal riesengroß und vor allem mächtig. Das kleine Tierchen beißt sich regelrecht fest und lässt dich jeden guten Vorsatz vergessen. Wo ist der Hinderwille? Willenskraft kannst du dir vorstellen wie ein Muskel. Eine Art innere Motivation, die durch regelmäßiges Training stärker wird. Ich zeige dir hier genau so eine einfache, aber wirkungsvolle Übung, die dir dabei hilft, sofort ins Handeln zu kommen und deinen Schweinehund zu überlisten. Beginnen wir damit, uns drei Beispiele anzuschauen, wann der Schweinehund besonders gerne auftaucht. Wenn du dich zum Beispiel gerne gesünder ernähren möchtest und auf dem Weg zum Sofa kannst du wählen zwischen Apfelschnitzen und der Schokolade. Apfelschnitze, Schokolade. Dann kommt der Schweinehund und sagt, komm, besser du isst heute die Schokolade. Dann isst sie morgen weg und du kannst morgen anfangen mit der gesunden Ernährung. Oder er taucht auch gerne auf, wenn du dir etwas nur für dich vorgenommen hast. Zum Beispiel nach einem stressigen Tag eine Entspannungsmeditation. Du kommst nach Hause und der Schweinehund sagt, nein, wie sieht es denn hier aus? Jetzt musst du erst mal die Spülmaschine ausräumen und die Küche aufräumen. Genau so, wie du es sonst auch immer machst. Ja, auch so sabotiert der Schweinehund sehr gerne. Oder du hast dir zum Beispiel fest vorgenommen, dich nach der Arbeit noch etwas im Freien zu bewegen, weil du eigentlich weißt, wie gut dir das tut. Du kommst also nach Hause, die Motivation ist noch da und dann, kaum stehst du vor dem Sofa, kommt der Schweinehund. Das Wetter ist heute wirklich nicht gut. Besser, du ruhst dich noch ein bisschen auf dem Sofa aus. Und morgen bist du wieder fit für Bewegung. Na, kommen dir solche oder ähnliche Schweinehund-Sätze genauso bekannt vor wie mir? Und genau hierfür verrate ich dir jetzt einen Trick, der dich sofort ins Handeln bringt und deinen Schweinehund überlistet. Und das geht so. Wenn du das nächste Mal feststellst, wie dein innerer Schweinehund dich davon abhält, das zu tun, was du dir eigentlich fest vorgenommen hast, dann sage dir innerlich Folgendes. Ich werde mich für nur fünf Minuten mit dieser Aufgabe oder Übung beschäftigen. Wenn ich danach nicht mehr weitermachen möchte, höre ich einfach wieder auf. Nur fünf Minuten. Fünf Minuten anfangen, mehr nicht. Das ist deine Vereinbarung mit dir selbst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was diese Methode eigentlich genau bringen soll. Ich verrate es dir. Indem du dir sagst, dass du dich für nur fünf Minuten mit deinem Vorhaben beschäftigst, trickst du deinen Schweinehund aus. Er denkt dann nämlich so etwas wie, nur fünf Minuten sind eigentlich schon okay. Und damit sitzt er in der Falle, weil meistens ist der erste Moment der Überwindung der schlimmste. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Du erinnerst dich noch an die drei Beispiele von eben. Das eine Beispiel mit den Apfelschnitzen und der Schokolade. Stell dir vor, du stehst zu deiner Vereinbarung und nimmst dir statt der Schokolade die Apfelschnitze mit zum Sofa. An den knabberst du für fünf Minuten. Wenn du danach tatsächlich doch noch die Schokolade holen möchtest, dann mach das. So hast du wenigstens auch etwas von dem Apfel gegessen. Anderes Beispiel. Die Entspannungsmeditation oder doch weitermachen mit dem Hamsterrad und die Küche aufräumen. Auch hier investierst du gemäß deiner eigenen Vereinbarung. Fünf Minuten und beginnst. Mach dir deinen Meditationsplatz zurecht. Schalte dein Telefon aus. Suche das Meditationsvideo heraus und starte es. Zwei Minuten von den fünf hast du bestimmt noch, die du dich jetzt ganz in die Musik fallen lassen kannst. Anderes Beispiel. Die Bewegung im Freien oder doch das Sofa. Stehe zu deiner Vereinbarung und beginne für nur fünf Minuten. Zieh deine Klamotten an, in denen du rausgehen möchtest. Schnüre deine Schuhe. Ziehe dir bei Regen eine Regenjacke an. Und wenn du noch eine Minute Zeit hast, dann gehst du vor die Tür. Sind die fünf Minuten um, kannst du wieder ganz frei entscheiden, ob du dich doch lieber auf das Sofa setzen möchtest. Oder, wenn du schon dabei bist, die Runde draußen gleich noch ein bisschen vergrößerst. Wenn du nach fünf Minuten aufhören möchtest, alles gut, dann hast du zumindest fünf Minuten lang etwas für dich getan. Und vor allem dir bewiesen, dass du die Willenskraft hast, loszulegen. Letztendlich ist es egal, wie es nach den fünf Minuten weitergeht. Genau so entsteht nach und nach die wichtigste Gewohnheit, um deinen Schweinehund zu überlisten. Die Gewohnheit, einfach anzufangen. Und genau dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Alles Gute, deine Gunda. Alles Gute, deine Gunda.